Juhu, was ist hier? Hier ist der Parkplatz. Hallo, Elki. Jetzt hat er aber Gas gegeben. Herzlich willkommen im Tierpark Essehof, ein schöner Zoo zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Die haben hier übrigens einen Gerstlauer Kiddy Coaster. Wer hätte das gedacht, in einem Tierpark, darf ich nicht mitfahren. Ist nur bis 40 Kilo, glaube ich, und da ich ja 45 Kilo wiege, darf ich dann nicht mehr mitfahren. Das war Lilis erster Coaster in diesem Jahr, es werden noch viele Folgen. Ach, hallo. Ja, na klar, ich gehe runter, ja. Na, hast du sie glatt gerutscht? Ja. Okay. Wir nähern uns jetzt dem Dammwildgehege, das ist eine begehbare Anlage, wo Rehe rumlaufen, die natürlich nicht so scheu sind, wo Hängebauchschweine rumlaufen. In so einem Waldgebiet, richtig schön. Hallo Schweini. Och, guck mal, ganz borstig. Das Schwein hat Borsten und heißt deshalb Thorsten. Da ist auch noch mal einer, Rehe sind scheu. Ja, aber gleich alle. Hier stimmt was nicht. Schild, Tier. Das ist ein Zackelschaf. Ja. 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 Oh yeah. Ja. 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 Das ist es. Ja. Der Schuhwerfer wieder. Ja, woanders nicht so lecker. Ja, in die wirkung nicht. Was denn? Berlin ist in Planung. Aber eine richtige Städtetour. Ja, ohne Achterbahn. Ohne Achterbahn. Ich merke, Karls erlebt es doch. Nein, nein. Diese Ziege hat gerade meine Hose angeknabbert. Und meine Handtasche. Ja, die da. Ohne Achterbahn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020